Meine Ex-Frau wohnt mit meinen Kindern und ihrem neuen Partner in einem anderen Bundesland. Darf ich am Wochenende einfach zu Besuch kommen, um meine Kinder dort zu sehen? Ja, Sie dürfen das. Es gibt die Verpflichtung, Kinder zu sehen. Kinderbesuchskontaktrecht ist ja nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht des nicht betreuenden Elternteils und des Kontaktrechtselternteils. Und ja, man hat das Recht dazu.